Und Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten V-Log. Und zwar, wieso in letzter Zeit zu wenig Spiele eigentlich von mir kommen oder Let's Plays. Da für sehr viel Let's Ram Reader und W.O.T. ist einfach, konnte in den letzten 5 Tagen eigentlich gar nicht spielen, weil ich für unsere mature Arbeit eine Animation habe rechnen müssen. Und das könnte unter Umständen wieder dazu kommen. Und der Tester spieltechnisch jetzt derzeit, ehrlich gesagt, erst einmal gar nichts möglich war. Aber jetzt sollte es dann in Zukunft wieder weitergehen. Baud Royale kommt dann wieder natürlich, Mass Effect geht weiter. Und ja, der Rest auch. Gut, das war eine ganz kurze Info und dann bis zum nächsten Teil. Tschüss!